Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ihr seht schon rechts im Bildchen der Skin, der neue Monat ist angefangen. Also nicht der neue Monat, sondern auch eine neue Ära. In Clash of Clans wird ja immer ein bisschen was gefeiert und auch der Entwickler selber, beziehungsweise nicht der Entwickler, sondern das Haus, was eigentlich noch dahinter steht, eine chinesische Firma, feiert natürlich in diesem oder in jedem Jahr immer dieses Lunarfest. Also ich kann da, muss ich ehrlich sagen, nicht wirklich was mit anfangen. Aber es gibt natürlich immer nette Sachen. Pass ist ausgelaufen und wir haben einen kurzen Monat, Leute. Kurzer Monat, das sieht man auf jeden Fall hier im Pass, nur 28 Tage, 21 Stunden, also sagen wir mal 29 Tage. Da fehlen ja satte 1, 2, 3 Tage und dementsprechend kurz ist auch die Liga. Wir haben gestern auf jeden Fall alle Clans ganz nett befüllt bekommen. Vielen lieben Dank nochmal dafür, den einen oder anderen Platz haben wir noch. Also wenn ihr noch kurz entschlossen seid heute, dann könnt ihr noch vielleicht bei Trudos Bande oder so mal anfragen. In den anderen Clans sieht es super aus. Wir spielen in Deutschland auch noch einen Clankrieg. Aber erstmal würde ich sagen, holen wir uns den Goldpass. Den haben wir im Vormonat auch gehabt. Ich habe genug Pässe und den kann ich mir gönnen. Also wir getten den mal, bevor ich wieder GEM-Spenden mache und mal wieder feststelle, ich habe ja gar keinen Pass. Das ist mir schon so oft passiert, gerade zum Monatsanfang. Und damit haben wir den Goldpass gesieft und bekommen auch schon die ersten neuen Sachen freigeschaltet. Also es geht gleich wieder los im Monat. Ich muss ehrlich sagen, den gucken wir uns gleich mal an. Und den gucken wir uns gleich mal an. Okay, oh guck mal, ich kann sogar eine Clock-Tor-Potion nehmen. Ich habe einfach mal alles verbraucht. Das ist wirklich nicht schlecht. Aber die Gewurz hier sind auch wieder sehr, sehr nett. Also es gibt keinen Fehlefanz hier. Mit Fehlefanz meine ich irgendwelche Hausdächer für die Clanstadt oder sowas. Das hat es jetzt die letzten Monate, glaube ich, gar nicht mehr im Pass gegeben. Ich glaube, das gab es einmal. Und das war auch ein Schuss nach hinten von Supercell. Das geht gar nicht, dass man hier in den Pass solche tollen Goodies reinbringt, wie irgendwelche Hausdächer für die Clanstadt-Bude. Das ist wirklich nur Kosmetik. Aber eine Kosmetik haben wir schon eingesammelt, nämlich den Skin, den wir hier haben. Und auch schon ein paar Verschlimmesserungen. Aber der Pass sieht sehr, sehr gut aus. Viele, viele Polen und vor allen Dingen ein Pet-Trank hier. Eine Pet-Potion, sehr nett. Ein Level habe ich noch zu machen mit meinem Pet. Eine dunkle Rune gibt es. Ich muss auch noch ein paar dunkle Truppen machen. Und habe natürlich jetzt im Moment alles picke-packe voll. Ja, ich meine gut, jetzt mache ich mir gleich wieder was voll. Hier werde ich mal eben anfordern. Vielleicht ist ja schon jemand am Start hier. Und würde ganz gern, ja, letzte Level. Ich nenne ihn ja immer Ferdifuchs. Für Ferdifuchs hier. Da geht er auf die Reise. 283.500 dunkles. Das ist jetzt mit der kleinen 10-prozentigen Verschlimmbesserung, glaube ich, durch den Pass etwas günstiger. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, ich spiele jetzt erst mal in den Pass rein, um das Ganze noch günstiger zu bekommen. Aber irgendwie bringt es das auch nicht, weil die Ressourcen werden ja eher mehr als weniger. Und hier unten haben wir jetzt noch vier Stunden den Pekka am Laufen. Danach haben wir hier nichts mehr mit Elex zu tun, sondern nur noch mit dunklen. Das heißt, wir müssen sowieso fahren, bis der Arzt kommt. Und also zumindest was das Dunkle angeht. Das heißt, wir können das Elixier schon schön in die Mauern stecken. Auch sehr, sehr schön. Ihr seht hier unten meine kleine Mauerbank. Okay, die kosten jetzt natürlich auch nicht 7,2, sondern 8,1. Ja, mein Gott. Mein Gott, dann kosten sie halt 8,1. Meine, ja, 8.100.000. Okay, Normalpreis 9 Millionen. Stimmt das? Ja, ne? Normalpreis 9 Millionen. Ja, das ist auch echt, das ist wirklich der Hammer. Aber, okay, es sind halt Mauern. Mauern müssen gemacht werden, obwohl Mauern natürlich, jetzt kann ich schon keiner mehr machen, drei Stück haben wir geschafft oder vier, ne? Wobei, wenn man natürlich sagen, müssen Mauern werden übersprungen, überflogen, unterbuddelt, was auch immer. Aber trotzdem, sieht schick aus. Sieht ja ganz schick aus. Und was können wir weiter machen hier, Wizard Tower? Ich nehme immer ganz gerne das Teuerste hier. Also nehmen wir mal einen Wizard Tower, den letzten, glaube ich, müsste das auch sein. Und, nee, einen habe ich noch. Okay, und dann nehmen wir uns mal den ersten Minenwerfer hier vor. Die sehen nämlich auch schick aus und machen sicherlich auch so ein bisschen Energy Defense. Und dann haben wir noch zwei Bauarbeiter. Das ist sehr, 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 sehr cool. Hier, den können wir sicherlich mal anstoßen. Ich habe noch eine Pet Potion. Eine habe ich noch, glaube ich. Ja, eine habe ich noch. Aber es gibt eine Pet Potion hier. A im Pass. Irgendwo ziemlich zu Anfang sogar da. Und es gibt eine, es gibt auch eine Potion, glaube ich, hier bei der Herausforderung. Aber bei der Herausforderung, Leute, da gibt es auch noch was anderes, was es im Moment nicht gibt. Ich denke mal, die Szenerie wird es wieder zu kaufen geben. Wir gehen mal rein, einfach so ein Attack. Ich will das jetzt nicht attacken. Ich muss mir das erst beim Großmeister im Tutorial anschauen, ob das überhaupt klappt. Aber sehr schön hier diese Unterwasserwelt. Soll das, glaube ich, darstellen hier. Wobei ich mir heute Morgen das Vorstellungsvideo hier zum Lunarfest angeschaut habe. Hier mit dem Wasserblasen. Sehr, sehr, sehr schön animiert. Und also finde ich ganz nett. Ich denke mal, die werde ich mir auch holen. Je nachdem, wie sie dann wieder aussieht außenrum. Ein bisschen wenig ist es ja geworden. Aber letztendlich wollte ich einmal auf den Skin hier drauf. Und da muss ich ehrlich bestehen, der ist grenzfertig, oder? Nachdem man uns wirklich schöne Skins hier zur Verfügung gestellt hat für den Rollchampion hier mit dem Geist-Champion oder mit dem Champion-Champion, Champions-Champions-Champion oder aber mit dem leckeren Lebkuchen-Champion hier, gibt man uns jetzt das hier. Grenzwertig, oder? Also schick ist was anderes. Ich gucke mal gerade. Ah ne, da hat sie noch eine Hose an, okay. Schick ist was anderes, muss ich sagen. Vor allen Dingen mit diesem komischen Helm. Aber gut, da streiten sich die Geister, ob man das gut findet oder nicht. Wir equippen die einfach mal. Wir equippen die mal. Und ich sehe, es ist keiner da. Ja, eins von 24. Die glänzen auch mal wieder durch Abwesenheit. Ich habe auch wirklich alles im Moment ausgegeben hier, was mit Raid-Metals eigentlich geht. Potion, Potion, alle Pet-Potions. Und habe hier nochmal so ein bisschen reingepusht. Ich hoffe, das habt ihr auch gemacht. Denn die Potions sind zum Ausgeben da. Keine Frage, machen wir ein bisschen Clash of Cans. Wir wollen ja auch ein bisschen am Ball bleiben müssen. Natürlich jetzt noch ein bisschen Dunkle sammeln, weil in vier Stunden läuft mein Päck aus. Und dann habe ich nur noch dunkle Sachen im Labor zu machen. Und habe natürlich gar nicht so das Dunkle am Start, dadurch, dass er das Pet gemacht habe. Helden, habe ich ja mal gesehen in meinem Video, sind schon Max. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Lunar festhaltet. Könnt ihr da genauso wenig mit anfangen wie ich? Also ich bin ganz ehrlich, ich oute mich ja auch. Ich kann da wirklich wenig mit anfangen. Ich meine, klar, die Chinesen können auch mit unseren Karnevalen nicht super viel anfangen. Obwohl das gar nicht mal so weit weg ist. Den können wir mal mitnehmen hier. Aber nichtsdestotrotz... Wo ist denn der Adler? Da ist der Adler, okay. Und hier haben wir Multi, 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 Multi. Adler, Adler, Adler. Machen wir mal so. Und deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet von dem Fest, der Feste. Okay, jetzt für mich, wie gesagt, ist das nicht so wirklich ein Fest, was ich feiere. Aber wo wir auf jeden Fall ein bisschen auffassen müssen, ist die verkürzte Liga nur auf fünf Tage oder fünf Spieltage. Beziehungsweise dann auch nur mit sechs Clans. Ich bin mal gespannt, wie klein die Liga werden. Entweder ist das wirklich jetzt dem geschuldet, dass man sagt, wir machen die Liga ein bisschen kleiner und ein bisschen kürzer. Weil es kommt ein anstehendes Event. Es kommt noch ein... Oder es wird ein anstehendes Event geben. Okay. Sage ich jetzt mal so okay. Was das dann für eins ist, bin ich wirklich mal gespannt, was das für ein sein könnte. Und da ist der Scatter, den müssen wir mal ein bisschen aufhalten. Und hier hinten halten wir auch mal ein bisschen was auf. Einige gehen ja nach da, einige gehen mal wieder nach da. Okay. Aber hier heilen wir mal eben einmal durch. Und hier sind auch noch so ein paar am Start. Oh, das ist aber auch immer ein Gewurschtel hier, ne? Meine Herren, ey. Das ist aber auch immer ein Gewurschtel hier. Echt. Da weißt du nicht, wo deine Truppen genau sind. Und ich weiß auch gar nicht, ob der kleine Bug hier mit der... Naja, unsterblich ist der King nicht, aber er ist schon ziemlich stark. Er ist schon ziemlich stark. Letztens die Kamerlider verloren, Leute. Letztens die Kamerlider verloren. Was jetzt nicht so schlimm ist. Dafür sind Klankriege da, dass man auch mal, ganz klar, auch mal verliert. So ist das nun mal. Der Borden hat hier noch überlebt. Unsere Queen ist noch am Start. Borden und Queen am Start. Okay, aber die Queen wird es jetzt auch gleich dahin raffen, denn ohne Heilung wird das nichts mehr. Selbst gegen einen kleinen Minwerfer. Aber wir kriegen hier außen noch ein paar Ressourcen. Ja, sieht doch ganz gut aus. Haben wir ganz gut gemacht, denke ich mal. Und haben uns hier schon mal eingeschossen für den Monat Februar. Wie gesagt, ist ein kurzer Monat. Aber nichtsdestotrotz geht es hier ganz normal weiter. Und der erste Monat ist auch wirklich wieder mal, wie soll man sagen, erschreckend schnell rumgegangen. Und ich gehe auf jeden Fall wieder so ein bisschen zu alten Mustern, denn ich fand es ganz gut, wie der Gegner uns im letzten Klankrieg so ein bisschen abgeschossen hat. Ich versuche diese Taktik auch wieder ein bisschen. Nämlich mit Blimp, Blimp, Brutreiner, also die Wurzelkriegerin und E-Titan dahinter. So richtig ist mir das noch nicht gelungen, aber ist mal so ein heilerloses Duo oder ein heilerloser Angriff. Wobei ich mich mit Heilern, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fühle mich immer ein bisschen besser mit Heiler. Ja, ich fühle mich immer ein bisschen besser mit Heiler. Aber nichtsdestotrotz lasse ich mir eben nochmal die Klanbuk befüllen und dann sehen wir uns zum zweiten Angriff nochmal wieder. Hei, 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 gleich das erste Dorf, was ich hier geklickt habe, nachdem ich die Aufnahme gestartet habe, beziehungsweise bevor ich die Aufnahme wieder gestartet habe. Den nehmen wir mal mit. Wie auch immer wir hier reinkommen sollen oder uns jetzt beten lassen, schauen wir mal. Ich habe sicherlich mal wieder ein bisschen zu wenig Ballons dabei, denke ich mal. Und ich habe auch überhaupt keinen Lava-Hund und nichts. Mal gucken, ob wir da überhaupt irgendetwas rausbekommen hier. Wenn wir das von hier aus mal so starten. Wenn wir... Oh, oh, ja, okay, die fliegt jetzt ein bisschen komisch. Aber okay, ist halt so. Da geht sie kaputt. So, noch sind sie am Start, aber die haben ja wirklich nichts geschafft jetzt, ne? Ah, ich habe natürlich auch welche verloren, okay. Den Monolithen bekommen wir auch noch, sehr schick. Das ist nicht schlecht. Und dann denke ich mal, da hinten haben wir ein bisschen Clean-Up. Dann können wir hier reingehen mit unseren Widerreiterin. King dahinter, Queen dahinter, den Warden und 1, 2, 3, 4, E-Titanin. Die nehmen wir mal mit. Hier hinten können wir schon mal ein bisschen für Clean-Up sorgen. Da und da. Und ja, okay, das Ganze geht jetzt natürlich zauberlos hier durch, klar. Das Ganze geht natürlich zauberlos hier durch. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, Gift-Zauber dort, okay. Ist der noch ausgelöst worden? Muss ich mal gerade checken. Ist der jetzt noch ausgelöst worden oder eher nicht? Ah, weiß ich jetzt auch nicht. Okay, der fällt da. Mein Royal Champion ist natürlich ganz allein auf weiter Flur hier vorne. Okay, und kriegt auch gleich auf die Mütze da. 45 gegen 41. Keine Chance in der Verteidigung. Okay, also keine Chance in der Offensive gegen die Verteidigung. Hutreiter sind noch dabei. Auch die E-Titanin hier schön hinter den King. Mit der kleinen Aura. Davor sind die Wurzelreiterin. Kann man jetzt mal ein bisschen besser beobachten. Ich gehe mal ein bisschen nervig rein. Aber gar nicht mal so schlecht die Taktik hier. Okay, die Blimp muss natürlich, wenn die vergeicht, Leute, dann ist der Angriff hier essig. Dann kann man nur noch irgendwie hoffen im Klankrieg, dass man das irgendwie schafft. Aber das sieht sehr, sehr gut aus hier. Okay, das ist das erste Mal, dass ich mit dieser Kombi hier überhaupt ein bisschen was mache. Ich hatte jetzt am Anfang ein bisschen Glück, dass die Blimp doch ganz gut durchging. Und der Rest hier ist gar nicht mal so schlecht. Aber im Moment ist es auch eine ziemlich coole Taktik, weil die Bogenschützinnen haben natürlich ein Level zugelegt. Und das ist schon gar nicht mal so ohne. Das heißt also, die Superbogenschützinnen sind natürlich dementsprechend auch ein bisschen stärker geworden. Also schon keine schlechte Taktik hier. Tagesbonus haben wir auch noch reinbekommen. Okay, Ärzte, 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 Ärzte. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit den Ärzten hier mache. Bald sind die Lager hier voll. Und ich habe noch nichts weiter gelevelt. Also im Moment weiß ich nicht, was ich hier weiterleveln sollte. Entweder das Buch hier vom Worden oder aber eine andere Ability. Keine Ahnung, irgendwas für die Queen. Oder wir warten immer noch auf irgendwas, was dann für einen anderen Champion an epischer Rüstung rauskommt. Im Nachtdorf, okay, Leute, Nachtdorf. Starkes Nachtdorf, sieht immer besser aus hier, wird immer Max da. Wird immer Max da, weil wir haben auch nichts mehr zu tun. Ich habe gestern mein letztes Teil hier angestoßen. Da seht ihr hier, die letzte Kanone läuft. Und dementsprechend machen wir jetzt noch mal Elex. Truppen haben wir sowieso schon alle fertig. Und dann können wir hier fröhlich und frei immer schön unser Zeug hier ausgeben. Das ist sehr schick. Also Gold und Elex hier gut investiert. 900.000 auch. Das ist auch ganz schön viel, muss ich sagen. Aber mal sehen. Irgendwann wird es einen neuen Mauern-Level geben. Die Mauerringe nehme ich dafür natürlich nicht. Aber ich gebe jetzt erst mal richtig was aus hier. Und außer, dass das Nachtdorf gut aussieht, kann ich dem Nachtdorf immer noch nichts abgewinnen. Ich denke mal, die meisten von euch da draußen auch nicht. Wenn euch das Ganze ganz gut gefallen hat, auch mit dem Lunarfest hier, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren, nicht vergessen. Und dann bleibt am Kanal dran, würde ich sagen. Wir sehen uns in den Livestreams und in weiteren Videos. Bis dahin, Leute. Schönen Februar-Start. Ciao, ciao. Euer Toto. Clashed. Bis zum nächsten Mal.